Vergangenen Donnerstag war wieder Livemusik im Crazy Rock. Erzog Ernst Gasse in Prupp zu hören. Wir sind die Electric Blues Connection und wir haben uns so dem weißen Blues verschrieben. Oder dem Blues weißer Prägung oder Johnny Winter oder Robin Ford. Wer ist noch in deiner Band? Die Mitmusiker. Die sind eine ganz tolle Rhythmusband. Der Chris Gerstl, der bei den auch sehr hartbraten Schlagzeug gespielt. Und der Joi Winkler, Rossister, Extraklasse, der mit sehr vielen lässigen und guten Leuten spielt. Ich bin sehr froh, dass ich mit dieser tollen Rhythmus-Sekte spielen kann. Ich freue mich auf den Rest des Abends und auf den Rest des Konzerts. Wie immer, Bombenstimmung beim Crazy Rock Publikum. Super, ja. Was? Sind wir geil? Ja, super. Das gefällt mir sehr gut. Ja, wunderbar, ein Traum. Herrlich, Traum auch. Super, klasse. Stadtrat Frank-Peter Hofbauer, selbst begeisterter Musiker. Sein Resümee? Electric Blues Connection in Brucker-Nummer. Eine Band, die den Blues in sich hat und die das Crazy Rock in amerikanische Gefilde führt. Eine Ausnahmeband, grandios und man sollte sie öfter sehen können. Live-Musik im Crazy Rock in Bruck. Versäumen Sie nicht den nächsten Live-Musik Donnerstag. Wäre schade drum. Wie immer, wenn ich sie öfter sehen kann. Wie immer, wenn ich sie öfter sehen kann. Wie immer, wie man da.